In der Schweiz werden rund 15.000 Hektar Reben kultiviert. Unser Land ist in sechs offizielle Weinregionen unterteilt. Die einzigartige Qualität und Vielfalt des Schweizer Weins sind ein kleines Geheimnis. Typisch für Schweizer Wein ist eine aussergewöhnliche Vielfalt an Traubensorten, von denen zahlreiche nur in der Schweiz anzutreffen sind. Seit den 70er Jahren haben wir mit der integrierten Produktion begonnen und heute werden rund 80 Prozent der Weinberge umweltfreundlich bewirtschaftet. Swiss Wine – über seine Qualität sind wir uns alle einig.